Hallo und Willkommen zum heutigen Agrarian Sky! Wieder mit Martin! Seel, verdorbene Erde haben wir noch, Torf, Seelensand, Salz ohne Ende und Lehm. An Salz mangelt es uns definitiv nicht. Nee, das auf keinen Fall. Gut. Wir brauchen definitiv irgendwie eine Kuh. Blöde Kuh. Kann auch eine schlaue Kuh sein, ist mir wurscht, aber Hauptsache Kuh. Ja, wir müssen einfach das Feld hier oben noch ein bisschen vergrößern, gehe ich mal davon aus. Hauptsache das Vieh ist gefleckt, macht Mu und hat ein Euter. Also du baust Milch, ne, wahrscheinlich? Genau, sonst komme ich nicht weiter. Ich muss dann als nächstes Butter machen und ab da komme ich dann weiter. Dann muss ich dann die ganzen Maschinen bauen und... Wo baust denn du? Halt oben. Hier. Achso, baust du da drüben hin? Bloß nicht fallen. Ich meine, wir haben zwar 23 Leben, aber trotzdem. Ja, halt Shift gedrückt hatten. Ich weiß. Aber trotzdem muss ich halt nicht fallen. Das liegt beim ganzen Zeug und so weiter. Ja, normales Feld ist auch nicht, wenn du das Shift gedrückt hältst. Normalerweise fällt man da nicht. So. Ich warte das auf jeden Fall, gehen wir hier so weiter, dass wir hier auch unser Wasser weiterführen lassen können. Äh. So. Bucket. Äh. Wo war ich jetzt? Keine Ahnung. Da, da. Oh, der Edemann. Der Edemann. Hallo. Haha. So. Definitiv nicht. Was. Gar nicht. Ne, meine Freundin sagt gerade, ich soll springen. Ne, schon. Nix, ey, mein ganzes Zeug, du Spitzwoll. Hallo Katze. So, nix. So. Boah, Erde. Weile hier, hat schon gesagt. Mach halt. Ne, Mann da. Spring. Keule, spring. Nix. So. Nein. Okay. Also nach den hinterher bin ich glaube ich schon mal ein bisschen weiter ausgeweitet. Spawren die nicht bei Tageslicht? Ja. Machen sie. Spannend. Ich will aber auch gerne einen Enderman haben. Ja, vielleicht spawnt der Mario so einen Enderman. Ganzzeit sind immer welche rumgefetzt. Ja, jetzt haben wir ein bisschen vergrößert, mal gucken, vielleicht spawnt der der nächste. Ja. Boah, diese kleinen Fische, die ich selber geangelt habe, die bringen vielleicht ganz schön was. Alter, da nehme ich aber lieber noch ein bisschen mit der Hand, als dass ich jetzt hier noch Hast du jetzt irgendwie ein Großprojekt am Laufen oder ist das jetzt nur... Was habe ich am Laufen? Großprojekt irgendwie jetzt momentan? Wieso? Ne. Ich frage nur. Ja, ich bin halt momentan hier an der Fischzucht. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um Essensproduktion und ja. Äh. Du. Katze. Dankeschön. Ja, genau. Was habe ich denn da rauszunehmen? Was habe ich denn da gefischt? Ein Iron Wheel. Hä? Okay. Du hast ein Eisenrad ge... Ich habe... Ich habe ein Eisenrad geangelt. Ne lol. Ich bin eigentlich auf der Suche nach... Rotten Flash. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Fischen und nicht nach irgendwelchen Eisenrädern. Du bist ein laufender Mülleimer und du angelst nur Müll. Das ist voll für'n Arsch. Aber voll. Komm mal an. Mann ey. Ich werde jetzt diesen neuen Fischer haben, weil da kriegt man nämlich immer diese Fischer auch da raus. Welchen Fisch? Fischer heißt der. Was? Fischer. 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 So wie wir haben... Nederfisch. Enderfisch. Heidfisch. Und nochmal einen Raw Fisch. Und Spawn Silver Fisch. Haufen Fisch. Haufen Fisch. Fischen Chips. Ja gut, die lassen wir aber noch drinnen. Die... Da ist sogar ein Raw Fisch mit Fire Aspekt 5 drin. Alter. Hört's? Ja. Loll. Ein verzauberter Fisch, Alter. Häää. Na lol wie doof ist das denn? Näm, im Teil lässt sich echt bescheuert angeln muss ich sagen. Jetzt hab ich einen Bogen geangelt, Alter. Näm, was? Du angelst irgendwie nur Scheiße. Wurde eigentlich unser ganzes Ärztin gepackt. Entlager. Entstehend normalen Bogen hab ich jetzt geangelt. Ich fühl mich grad etwas verarscht. Wir haben schon einiges. Ja. Durchaus. Machen wir ein bisschen was. Gut. Muss halt nur noch zusammenschmelzen. Ähm. Erd's Kitchen. Open. Weißed up. Genau. Da brauch ich jetzt... Freshmilk hab ich ja. Brauch ich Cheese? Äh. Freshmilk hab ich denn die hier. Äh. Ja. Okay. Oh. Er hat auf jeden Fall einmal Freshmilk. Muss ich Cheese machen? Salter hab ich. Salter. Butter. Und Heavy Cream muss ich machen. Einen Raw Spiderfisch hab ich gesammelt. Cool. Dafür gibt's acht Jellyfish-Sandwiches und volles Herz. Dann muss ich schon die ersten Maschinen bauen. Auch definitiv ne Kuh. Ja, vielleicht spawnt ja eine. Ich hab immer noch die Ausschau nach dem Enderman. Oh. Fisch. Fiiiisch. Ich hab nen roten Hering gefischt. Schön für dich. Ich brauch ne Kuh. Ey ich brauch jetzt noch dieses scheiß Fischöl. Die spawnen eh nicht wenn du da hinten rum rennst. Du musst hier bleiben. Schöne Kuh. So. Ja. Ich brauch jetzt noch dieses scheiß Fischöl. Sehr schön. So. Dann werden wir die Fische jetzt gern mal durchschmelzen. Vielleicht reicht's dann endlich mal. Wie war ich jetzt drinnen? 19.000, 35.000 brauche ich. Wie begeben die? Drei Fäplinks haben wir auch mehr als genug. Wünschen. 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 Und einen Cherry Cheesecake. Äh machen. Roz. Jetzt wird unsere Angelrupe gleich klalt kaputt alle. Hausen wir noch den Dampf? Was? Würden nichts Eis braucht. Den generieren wir doch nicht. Brauchen wir das Ding überhaupt noch? Ja, zum Schmelzen können wir den Höchstens nehmen. Leuch, ja, jetzt habe ich Lederboots gefunden hier. Ich glaube, dieses Teil, wenn ich diesen Angler aufgebaut habe, ich glaube, der zieht uns jeden Müll. Enderman! Oh, jetzt muss es regnen anfangen. Uff. Da oben, da oben. Angucken, angucken. Jonge, ich guck dich an. Da hinten ist er. Ja, der fliegt jetzt eh rum, es regnet. Hast du zumindest gesagt, es regnet. Amore da, du Schwein. Und, 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 und. Nichts, ich glaube, ne? Ne. Shit. Mein Breitschwert ist jetzt... Akk... Akkostumet. Oh, okay. Knochen, äh, mein Schwert hat als Nockback. Yeah. Mann, ist das scheiße. Ich will nur Enderman. Enderman. War da hinten noch Erde drin? Oder Bumperch, aber hier auch durch. Nein, alles, alle. Im Lager auch? Äh, nee, im Lager habe ich nicht geguckt. Im Lager sind noch 128 drin. Mit denen. Ich weiß nicht, Bauen. Naja, ich habe jetzt gerade eigentlich die Erde für was anderes gedacht. Für Köder. Und? Warum und? Nicht für Köder, sondern für Köder. Nein. 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 Friedhof Erde, heilt und tote. Wären? Oh, Enderman, 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 Enderman. Schlag, was ist? Oh, keine Ahnung, da hinten. Alter. Maja. Und, 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 und? Nix, ne? Nein! Fuck! Wir brauchen zwei Stück! Zwei Stück gleich? Ja, halt für jedes Ding einen! So'n Scheiß! Fermentiertes Spinnenauge hat er mir rausgegeben! Soll ich... Rüstungen! Ja, was? Ich will nur Rüstungen bauen! Ha! Was denn? Hä? Hey, wie heißt der Faden jetzt? Ich komm grad nicht auf den Namen! Ach, hier ist String! Jetzt bin ich echt nicht auf den Namen gekommen! String... Was mit Darsium? Was ist mit Darsium? Ja, definitiv! Darsiumflux... Kampfschraubenschlüssel! Ein was? Ein Kampfschraubenschlüssel! Okay! Aha, diese Flux... Fluxierende Sichel, ne? Hm! Macht... Fünf Anker-Schaden... Und ein Flux-Schaden! Mhm! Soll ich mal angucken? Macht! Hau mich mal kurz ins Bett! Wenn die... Regen geht mir auf den Sack! Mach halt spawnen! Spawn! 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 Kühe nicht! Regnet! Spawn! 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 Du upgrade Dux-Kristall Ich angele hier Du angelst halt Ich habe einen Leder rausgeholt Ah, du brauchst eine Kuh, ne? Ja, eine Kuh Schwert Was ist denn mit dem Zeug alles angelt, Alter? Induktionsschmelzer Auch ein Induktionsschmelzer, Junge Haben wir doch Recht? Ja Cool Hier draußen, komm mit Ah, hier Komm Bauen kann ich Ja, ist gut Komm, ich zeig dir Ja, okay Ähm Hier, der ganz rechts Ah Bär ehrlich Kann ich dich mal kurz damit hauen? Mit der Mit der Sichel Ja, solange ich überlebe Weiß es nicht Wir haben ja 23 Leben Ja, wir haben ja 23 Leben Ja, mach halt Ähm Dreieinhalb Herzen Naja Dreieinhalb Herzen Dreieinhalb Herzen Und Ist schon ein Küchen gespawnt? Nein, noch nicht Ich habe aber schon ganz viele Fische geangelt Hm, ich bin fleißig Ah, ne Katze Ah, dafür ist ne Katze gespawnt Löl Ne Mietzedatze Hallo Mietzedatze Wir haben doch Fisch Wir haben doch Fisch Wir haben doch Fisch Woah, ich mach mir die Mietz Ich mach mir die Mietz Mietz, Mietz, Mietz Wollen wir mal kurz So Okay Der hat Was ist denn das? Neon Tantra Ja Ich bin runtergefallen Meine Mietze Mano Oh Meine Mietze ist runtergefallen Oh Ich hatte schon Ich hatte schon Fisch für sie gehabt Oh Die hat sich gedacht Oh nein, er kommt mit Fisch Ich spring lieber Mano Hey Schöne Fisch Äh, die schöne Mietze Uff ja Manet Ah, Mietze Katze Was jetzt hier? Jetzt hab ich hier komische Fische gefunden Die kann ich nicht mal durch Nicht mal durchschmelzen oder was? Will der mich verarschen oder was? Jetzt hab ich so seltene Fische gefunden Die kann ich nicht mal umwandeln Man Mann Ich will mich langsam verarschen von dem ganzen Gerät hier Gott verdammt mich nochmal Hauptsache Lillipad und so einen Scheiß gefunden Heilig Was? Heilig Mano Oh Könntet ihr bei mir so ein blöder Enderman kommen? Nein Hä? Nö Warum nö Bei ihr halt Na doch Jetzt haben wir extra so einen schönen Angelplatz hier gemacht, weißt Komm Warum? Na bei ich halt an Aha Hä? Nein Äh Äh Ja Ja Wir brauchen Peter Stein Was? Was für eine Lasse Ist im Lager Cool Hm Ich brauche ich jetzt mal den Pulver visiere Ich habe einen Thunfisch geangelt Himmel Was? Die So, ich bin nicht froh, wenn ich diesen blöden Fisch auch fertig habe, ne? Das erklopst mir aber. Der da war das, oder? Ja. So, Polish Sticks. Pass auf, jetzt versuche ich mir da mal noch Sticks reinzuschmeißen. Vielleicht geht das, ähm, Stick. Sechs. Weißt du was? Ich mach jetzt mal vor der Haustür diesen ganzen Kohlen mal weg, den brauch ich doch eh nicht mehr. Ja, danke, das wollte ich schon immer machen, aber das ging mir immer die ganze Zeit schon auf den Sack. Anfangs Nahrungsversorgung. Du sollst jetzt nicht rausgehen, ne? Vorne, sonst fällst du in die Tiefe. Ja, ja. Gibt's gar noch RF-Phishing-Rod? Titanium-Batterie. So, bräuch ich Titanium. Hab ich jetzt Ding rausgenommen? Ja. So, jetzt versuch ich ja mal... Das geht natürlich nicht. Kann ich das hier mit dem Eimer rauspumpen? Natürlich auch nicht. Was hast denn du gedacht? Ich muss echt warten, bis ich jetzt hier genug drin hab, ne? Denk dran, nicht rausgehen, sonst fällst du. Waaah! Ich hab ja Augen im Kopf, Junge. Und da runtergefallen. Das wärs jetzt. Ich hab ja Augen im Kopf und daneben getreten. Ah, tsch, genau. Fertility Lives spawn. So, was gibt's denn hier noch? Würde euch beinahe gefallen. Einen Fischfeeder gibt's hier noch. Fischfeeder. Fischtank. Fischtank. Einen Fischscanner. Fischscanner. Einen Fischfinger. Einen Fischfinger. Einen Fischfinger. Einen Fischfinger. So, nichtsdestotrotz, ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Und wenn's euch gefallen, dann lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.